ja leute was geht willkommen zurück zu red dead redemption leute ja wir schauen welche mission wir da starten schon hier im lager sind ja so möchte mit dir sprechen besucht gerne mit dem bautiskor zu sammeln ja nice nicht alle wochen wollen wir sprechen geil ja letzte folge sind hier stehen geblieben sind zurück ins lager wir haben den einen gefangen wo jetzt im knast ist sind gesehen hat kann der letzte folge noch mal anschauen ja 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 guter mit der nächsten mission leute das hacken ha 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 ok jetzt hab ich hacken gelesen zuerst lol das ist so krass wie die spieler dass man alles machen kann ich müsste alle machen machen wir dann später aber jetzt zuerst herr morgan herr morgan you're busy my friend i'll cut you in already you know how it is people is happy to borrow off someone like me but more enthusiastic paying back to someone like you of course who are they hmm let me see a chick matthews works at guthrie farm he's a hand i believe mr robel the small holder at painted sky runs the operations there badly miss lily millet is a ranch made up at emerald ranch and here was me believing dutchers bluster about us helping folk it's legal work mr morgan debtors belong in prison we are doing them a favor ah i'll make sure they see it in them terms ok put the debts in the deed box and try not to kill them it's very bad for business try the money ok then try me heute mal die schulden eine gerade ach du scheiss ok da gehen wir zuerst hier hin ist in der nähe ich hoffe dass es irgendwo wasser gibt für unser pferd der du jetzt nicht kompere keine zeit okay so scheiße aber ich kann auch nicht strengen nein nicht für jetzt kommen wir müssen dich irgendwo durchs wasser sonst ist das nicht mehr so geil Schöne 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 Schön, dass jeder eingeschaltet hat bei einer neuen Folge von Red Dead Redemption Ja, Freunde Lass jetzt schon Daumen nach oben da Wasser Und Abo Wasser, Wasser, Wasser Moment Es ist wieder selber, oder? Wie ist es jetzt? Ja Beim ersten sehen wir sie zum Pferd springen WTF? Was? Ja LOL Dann kommst du hier hoch Pferd Come on, come on Easy now Knock, knock Mr. Rob Was? Was? Englisch? Du sprichst Englisch? Ja, gut für dich. Ich bin hier für Geld Was? Du gehst von einem Mann? Ah, Mann 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 Ich bin hier für Geld Nein Mann Mann Nein, nein, nein. Jetzt, du erinnerst du, wo du schiefst? Ich brauche ein bisschen Zeit, ich werde dir ein Geld finden. Oh, ich verstehe dich noch nicht. Verdammt, du hast ein Geld von Harris-Strauss. Stopp, ich habe keine Kraft. Hey, steh auf, Junge, ich gebe dir noch eins auf die Fresse. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 ich habe Geld. Aber ich habe, ich habe diese. Es ist gut, es ist gut, es ist Walshaba. Es ist Walshaba, ja. Ich habe deine Sachen, okay? Ich habe ... ... alles in hier, oder in da. Ja Oh 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 Moment A Oh Bonds I look I look I look Shies I'll I I I Junge, nirgends ist das. Das kann doch nichts sein. Alter. Da muss doch irgendwo was sein, das wertvoll ist. Das kann doch nichts sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich denke auch, wir nehmen nur was, ne? Nein, nein, wir nehmen alles, was wir können. Ja, 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 ja. Na, ja, nein, nein, ja. Äh, aber mehr, die hat es gar nicht. Ich muss noch mal rein, aber ich, da muss, ah, Moment, oh, da ist doch auch was. Streck den Schulten in die Spendetose oder zeig weiter Schulten ein. Goldkarte, wo müssten wir hin? Ach komm, jetzt müssen wir zuerst wieder ins Lager. Okay, dann halt. Ja. 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 Nein. Nein. Hibst du dieses Scheiß auf, Alter? Ja. Geht heute ist es nicht so, dass Fleisch schon zu kochen. Ah, okay. Okay, ich muss kurz zur Person. Wie geht's? Herr Morgan bring me some materials and I'll be glad to make something nice for you. Really? Moment, was war das da? Ein Kabel? Aha, das ist nicht mehr. Und jetzt die Spend- ähm, die Schuld zurück in die Kasse. Ich bin das Kassel. Okay. Okay. Ich bin das Kassel. Und jetzt die Spend- ähm, die Schuld zurück in die Kasse. Das war ein Anteil in der Lage als Kontrollbuch. Was ist denn für den Lager? Äh, Anka, aufhören. Speisen und Spiegelnahrung haben sich erhöht. Mit dem Lagerbestand niedrig kann ich mich bezahlen wieder aufhören. Wie gesagt, es ist ein Freude. Er ist besser, als er sieht. Ich habe versucht zu sein, nicht nösen. Nicht nösen. Nösen? Ich? Wenn er nicht Geld hat, schau ihn. Ja, ich mache. Ich weiß, ich weiß. Gut, meine Karte. Da ist er nächster. Gut. Da ist er nächster. Gut. Da ist er nächster. Gut. Nösen. Nösen. Es ist ein Fragezeichen. What? Ah, wir machen das, ich muss kurz schulden auf ein Traim. Das kann man dann immer noch machen. Ja, ab geht's zum nächsten. Die Grafik ist auch mega nice. Ich dachte, ich kann nicht mehr nur was sagen, aber es ist der Hammer, wirklich. Aber in Wahrheit ist mir egal, wie viele Folgen wir brauchen, denn ich werde es nicht durchrationellen von der Story her. Ey, wo gehst du hin? Ich bin ein sterbe Mann, stopp es bitte! Ich liegt im Sterben, was? Ja, hallo. Ja, hallo. Was? Warum? Ich wollte ihm gerade helfen. Was, was ich wirklich angerempelt habe? Scheiße, Mann! Scheiße, das wollte ich nicht. Ja, dann halt. Ruhe in Frieden, Junge. Wir sind in Frieden. Wir sind in Frieden. Au. Die werden nicht in Frieden. Ach, das ist so geil aus, das ist... Ich bin... Ja... Du... We are at the Dohns Ranch, we are looking for Thomas Dohns. Downs! Thomas Downs! You, the... Mr. Thomas Downs? You owe me money. Oh, no, no. I'm... 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 We ain't a charity, Mr. Downs. Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'm... I'll... Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. I don't care about your family. Give me a caller. I'm working... Keep caller. I'm working... I'm working... I'm working as hard as I can. I'm working. I'm working. This is not... ...forgiveness of my debt. This is just a stay. That's so dumb. Oh, fuck. What the fuck? Du hast Geld von meinem Geschäftspartner, Herr Strauss. Du hast ihn, du hast das Geld genommen. Er will es zurück, was nicht zu verstehen. Wo ist unser Geld? Ich habe es nicht. Verzüge deinen Ort. Wir haben bereits mehr als es verdient. Dann verzüge deine Frau, deine Familie oder irgendwas. Wir haben deine Idee, eine Charity. Ist das klar? Thomas! Was hast du gesehen? Thomas! Ich habe gesagt, was du gesehen, Frau? Mein Mann ist nicht gut. Wenn wir nur noch mehr haben... Wie gesagt, wir sind keine Idee, eine Charity. Geh uns das Geld! ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 groß gut so ist ja das sind ja auch noch ja ich war ja noch mehr ok was macht er fertig Wir machen diesen Eint noch und Lilligi machen wir dann in der nächsten Folge. Also wie es in der Verteilung schnell fällt, wird dann natürlich, das hat es mir ja auch noch gemütlich getan. Ja. 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 Okay. Halt. Das kann ich schon sein, oder? Das kann ich schon sein, oder? Das ist ein Stiege! Ey, wie weit ist das noch? Ah, kann das auch sein, ne? Nein. Der Foto wegklappt! Was ist das denn? Komm. Hier wurde es so. Okay, boi. So, weiter geht's. Ich fette. Das sieht noch geil aus. Kann ich euchre. Lass uns das gerne mal an. Wolle. Wort ihr weiß nicht. Wolle. Ich, warum, halt ich will das Pferd, ich will dieses Pferd hier. Ich habe ein Geld mit dem du keine von Hände hast. Du siehst im Lager anbringen. Alter, das ist super geil Oh, aber das ist super geil Oh, das ist super geil Oh, das ist super geil Gut, aber jetzt kurz Oh, das ist super geil Oh, das ist super geil Oh, das ist super geil Pumper, du kommst mir nicht davon Bist du ja, na? Oh, das ist super geil Oh, das ist super geil Alter, das ist super geil Alter, Alter Oh, das ist super geil 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 Als derwege Ah, da ist das hombre Oh, vielleicht Oh, das ist immer Perfekt Leute, dann war es das für diese Folge von Red Dead Redemption 2, in der nächsten Folge holen wir uns die letzten Schulden noch, ja und dann würde ich sagen, was das für diese Folge gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao!